Willkommen zum ersten eTribes Partner-Treffen 2020, wo wir super gerne euch zu einem Biertasting einladen wollen. Und alles, was ihr hier seht, ist eigentlich daraus entstanden, dass ich mich in der Runde mit eTribes, mit Partnern zusammengetan habe und verschiedene Sprechen entwickelt habe. eTribes hat als Aufgabe, dass die Leute, die hier arbeiten, ihr als Partner euch weiterentwickeln können, spannende Projekte habt, Firmen gründet. Mich freut es, auf diese Art und Weise so inspiriert zu werden und Neues dazuzulernen. Dass man hier auf Leute trifft, die man noch nie vorher gesehen hat und innerhalb kürzester Zeit super tiefe und persönliche Gespräche entwickeln kann. Und ich glaube, das ist eine Sache, die eTribes, aber auch das Partner-Netzwerk insbesondere absolut auszeichnet.